Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Super Mario Bros. Star Crumble. Wir fangen einfach mal an. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Das ist ein Spiel in Facebook. Das wollte ich mal... Okay. Ich hab vergessen, wie man springt. Dummheit, Dummheit, Dummheit. So. Ich glaub, das war ein Fehler, aber egal. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Ne, 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 ne. Okay, das ist ein Spiel ins Facebook. Wollte ich mal kurz mal zeigen. Und vielleicht erstelle ich eine Playlist, wo wir mit ganzen Minispielen von Facebook vielleicht nur. Sehen wir mal. Wenn ich Zeit und Laune habe dafür. Okay. So. So. Komm. Danke. Das war sehr nett von dir. Ne, 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 ne. Okay. Was kommt denn jetzt? Achso, ja, stimmt. Okay, ich hab schon mal ein bisschen vorgespielt, weil ich noch ein bisschen... Mal gucken wollte, was hier alles gibt. Ach, verschwinde, scheiß Käfer. Verschwinde. So, danke, dass du verschwinden bist. So, danke. Und durch mit mir. Okay, doppelt gemoppelt. So, doppelt. So. Okay, wenn er das verlangt. Okay, das habe ich gut geschafft. Und durch mit mir. Braut mit mir hier. Bei Welt 5. Wir sind sehr, sehr schnell. Muss ich zugeben. Irgendwie extrem schnell. Weil wir haben schon 2 Minuten verschwendet. Oh, das war knapp. Also 2 Minuten schon gemacht. Und sind schon in der... 6. Welt sozusagen schon. Nen, 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 nen. Nen, nen. Ja, in der 6. Welt sind wir. So. So. Kurz mal drücken. Kurz mal rüber springen. Kurz nochmal drücken. So. 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 Danke. Komm. Danke. Jetzt mal kurz wieder hochholen. Nen, 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 nen. Ich hoffe, ihr hört die Musik. Hier ist ja auch schon ein bisschen leise. Obwohl ich das die Lautstärke 54 gemacht habe. Komm, schneller. Schneller. Ich werde schon sehen. Okay, so. Ach, figge dich. Die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit geht schnell vorbei. Die Zeit geht schnell vorbei. Obwohl ich das locker schaffen kann. Mach ich dir so viele Fehler. Ey. Mann. Leck meine Eier, du Arsch. So. Ey, leck mich. Ey, wie geht das denn? Boah, mit einem Schlag. Sind die... Boah. Scheiß Mario. Er ist nicht mal klein und trotzdem stirbt er schon von einem scheiß Gumba. Der nie mal einen Arm hat. Geschweige zwei Arme. Nur einen dicken, fetten Kopf. Und von denen lässt er sich umbringen auch noch. Ey, das ist der größte Beschiss. Okay, komm. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit meinem Leben. Weil ein Scheiß... Wie heißen die wieder, diese Teile da? Mich jedes Mal auf diese... Okay. Okay. Ihr sagt einfach nichts dazu. Ich denke einfach mal, das Spiel will mich verarschen. So ist es bestimmt, das. Das Spiel will mich verarschen. Geh so. 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 Ich frage mich, ob ihr mal Geld bekommt. Also Leben bekommt, wenn man irgendwie Münzen sammelt. Weil nach... Wenn man 100 Münzen gesammelt hat, gibt mir immer ein Leben. Ich hoffe mal, kriegt ihr hier ein Leben. Okay. Münzen sammeln. So. Ach. Die Scheiße nochmal. Ich weiß wieder. Geh jetzt wieder zurück. Rein mit uns. Das sammeln. Jetzt ist die Tür auf. Jetzt da rein. Jetzt da raus. Jetzt wieder hoch. Jetzt wieder rauf. Und durch sind wir. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Okay. Okay, Welt 9. Was gibt's denn hier Schönes für uns denn? Okay, so. 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 Ey, so schnell ein Leben verloren. Obwohl ich das gerade gesammelt habe. Du scheiß... Du scheiß Opferteil. Mann, ich bring dieses scheiß Opferteil um. Scheiß Goomba. Mann. Okay, ich muss gleich mit zwei Leben kämpfen. Also das erste Leben und danach das 0% Leben. Okay, jetzt kommt. Hä? Ey, du willst mich doch... Ey, du willst mich doch... Okay. Muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Geschafft! Scheiß Bowser. Geiler Tod. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Epische Musik... Epische Musik... Ja, ich weiß. Dankeschön. Für jetzt. Okay. Meine Meinung zu diesem Spiel. Es ist kurz. Ja, wie ihr seht. 8 Minuten 33. Es ist wirklich kurz. Und die Credits sind auch kurz. Wer hat's gedacht? Ja. Und das war's für das erste Minispiel. Wir sehen uns das nächste Mal bei noch einem Minispiel. Tschüss. 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 Vielen Dank.